Was ist die Frage, wo wir anheben arbeiten? Gut. Sie ist heute getroffen in Lettland, als hiege Faschisten haben geschossen auf Ihnen die erste Tag. Und lefendig, noch Eder der Deutsche ist gekommen. Offiziell, offiziell. Sogt man, als wir ungeheben zu schießen, in Iden, dann sind die Deutschen gekommen. Aber in Sido, Aschach Leides, haben wir genommen, schießen, bevor die Deutschen seien reingekommen. Aber man darf verstehen eine Sache, dass die, wie die Rufsame Achraner, wie sie sich um rufen, als sie, seien gewähnt verschiedene Menschen. Und zu sagen, dass sie gewähnt eine Aktie von der Samachraner oder dass sie gewähnt eine Aktie von etlichen Banditen, weiß man nicht. Und nun kann ich euch sagen, in Einstädtel, ich gewähne einen Zahnarzt. Oh, vergessen seine Familiennummer. Innerlich, ich gewähne einen Zahnarzt. Und bevor die Deutschen seien reingekommen, ist er geworden, verschwunden. Ich gewähne einen reicheren Mann, Tankjelovic-Dachzug. Er hat verschwunden. Das heißt, mit Sederharket. Dass sie gewähnen, um zu rabieren, oder dass sie gewähnen. In Riege, in Riege. Die Deutschen seien reingegangen in den ersten. Nun, hat sie in dem zweiten genommen, haben ihn. Haben ihn und das ist, sie gewähnt dort die Deutschen. Nur, ihr habt erzählt etwas von Riege. Als ihr alleine gesehen habt, wie mich schießt, da fand Leifendicke. Ja. Welchen Tage das gewähnt? 27. Juni. Und in Riege, seiner reinen Deutschen, in jener Kant Wien, sein Sechen gewähnt am 27. Aber in dem Kant von Wien, sein Sechen reingegangen in Mersen. Was habt ihr gesehen, mit der eigenen Hand? Mit der eigenen Hand hat sie geschossen auf mir. Wo? Auf welchen Gas? Auf Gertrud Gas. Gertrud Gas 20. Ihr seid gestanden in den Gas? Ihr seid gelaufen? Was habt ihr gesehen? Es ist in der See. Das ist meine Geschichte. Es ist gewesen, was durchschnittliche Trevoga. Mit Bambi-Träger. In der Früh. Ungefähr und zwölf Versäger hatten aufgehört. Und wir seien mit der Mutter gewähnt im Keller. Wir haben dort gelebt, in Gertrud Gas 16. und wir haben einen Kerber mit Essen. Und wir sind runtergegangen, und wir sind rumgegangen, als Gewähnchen aus. und wir haben ein Beu. Sie haben einen Rüsen gegangen auf dem Gas. Und da sind zugekommen und der Vater. Und er hat gesagt, die Fabrik hat die Fabrik gearbeitet auf der Fabrik. Er hat gesagt, die Fabrik hat die Fabrik vermacht. Alles. Aus. Jusquarienzert. Die Fabrik hat die Fabrik vermacht. Und dabei im Lebenhaus steht der Autobus. Und Menschen gehen in den Autobus. Und seine Züge kommen und er sagt, mir vorne weg. Und die Mutter hat nie gewählt vorne, weil sie hat noch nicht auch geklungen, ihr Bruder. Aber er darf doch das Porte weg. Und mir um so betracht, du musst es sein, haben wir weg vorne nach der Porte. Wochen. In der Porte wochen nach Rom hat es sein aus. Und dann haben wir so reingegangen, die letzte in den Autobus. Beinahe die letzte. Das ist dem 27. 27. Zwei Jahre und mit gesagt, die Mutter sie soll wegstellen und die Kerbe laufen und geht. Sie soll gehen, dann reinge noch ein Mensch. Gut. Der Chauffeur hat nicht gewählt nicht gewählt vorne. Er sagt, er geht nicht vorne von Lettland. und erinnere gewählt von der rabotischen Quartier. ein Mensch mit gewehr und gerät mit dem Schoffer. Du darfst nicht fahren mit uns. Du führst uns weg und fuhl zurück. Und du zwei Erseger hat ihn genommen und schießt auf den autobus. Oder ein Mensch mit Gewehr und geschluckt auf den Stoffer vorab die schießen. Und in einer Zeit war nicht älter. Das hat mir geladen. Verwohls war mir vor 27. Auf Moskwa wollten mich durchkommen. Dort sagen sie die die gassischen Gewinn übergeschlägen. Wer hat gekennst schießen nach Feich? Wer hat gekennst schießen? Es ist eine Sache. Schießen und geschossen von der Eberste von den Fenstern und geschossen vom Dach. Und zur Schießen vom Dach und darf nach ruf gehen nach und beten. Und nach ruf gehen nach und beten und gedacht nach schließen. Weil das hat gekennst kriegen bei dem Einwander was fliegen dort hängen oder bei dem Dornik. und den noch arbeiten mit die Material und wir verstanden schießen Dose schien gewinnen an organisierte Aktie weil um zwei Jahr Säger und genommen schießen nicht nur auf unser Gas aber auf alle Gassen was und geführt zum Stanz und auf alle Ertel wurden Menschen um gewalt Rüst vor. von zweier Säger Wir haben geschossen von Eben von Beidem von Abbeidem Ja Auf welcher Gas auf? Das ich immer gewinnen auf Gertrud Gas sie gewinnen auf Marien Gas Wir haben sehr das ist nicht nur meine Ob ihr nicht gesehen wie man schießt auf euch Ich gehört Gehört Auf welcher Gas Gertrud Gas Gertrud Gas Ja Zweier Säger dem 27 Wenn der Deutsche in jenem Quartal noch nicht gewählt Ja Und Leifendik Ja Und meine Freund haben Echer gehört Die geblieben leben wo seine gelaufen zu Stanz und Sehen